So hallo und da sind wir wieder bei meinem vierten Let's Play von Lego Star Wars Clone Wars 3. Okay, wir setzen uns mal die Story fort. Story. Ja, gut. Gut, dann hätten wir das jetzt auch gemacht. Keine Ahnung, warum mir das so spricht. Ich glaube, ich mache jetzt erst einmal die Missionsauswahl. So, dann haben wir die Bruchlandung. Ja. Machen wir das einmal. Gut. Super. Ach, Mann. Das ist jetzt so erschlafft. Ich mache das überhaupt nicht. Gut. Na ja. Okay, dann. Wenn sie zu isst, dann mag ich es leider. Nicht blöd. Wenn es die ist. 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 Oh, ja. Das ist sie. Ja ja. Gut, gut. Jetzt. Ich bin fast da. Ja. Du bist der durch? Ha. Häftig. gut was muss ich da jetzt eigentlich zu stören so 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 Exklusivwaffe. Ich hab aber keine Exklusivwaffe. Und ich bin auch irgendwo anders. Ja? Was? Explosive waffen Nee Ich kann es nicht Ich hätte das schon Was ist das? Kann man damit was basteln? Ich kapier's not da. Aha, jetzt da! Ja, jetzt da! Jetzt kapieren wir das Ganze. Okay, wie kann man da hoch? Ah, sieh ich! Ich bin ja gar nicht so dumm. Ja, jetzt! Ich bin ja gar nicht so dumm. Ich bin ja gar nicht so dumm. Okay, gerade Zeit. Rett aus den Steinen. Rett aus den Steinen. Ich bin ja gar nicht so dumm. Ah, okay. Das war das schon. Okay, cool. Ich bin ja gar nicht so dumm. Oh, ja. Ich bin ja gar nicht so dumm. So, gehen wir zum nächsten Mal. Ta-da-da-da! Ich bin ja gar nicht so dumm. 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 Schuba, schuba. Das haben wir schon wieder geschafft. Gut. Ach, ich muss da noch. Gut. Ach, und da ist denn die Spritze. Jetzt da ist witzig. Spritze. Witziges Wortspiel. Moment einmal. Ich muss mal mal schauen. Okay. So. Ja. Weiter geht's. Okay, wir haben hier so viele Sprezen. Schaut. Hm. Das hat vieles rein. Nee, Quatsch. Ja, doch. Doch, gibt's halt. Das sind sie nicht. Scheiße. Ganze aber dem Sonst. Jochen, ich will. Ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht, Peugeh. Ich kenne sie nicht. Sch inspirehene ich. Ja,ja. Genau,ja. Und was auch immer Electric? Ja,ja. Ja,ja. Traktorstrahl, scheiße. Hm, das dauert nur zu Ende. Gut. Dann machen wir uns mal zu Ende, würde ich sagen. Hier, okay. Ich brauche... Ach, jetzt kapiere ich das. Nichts. Hat dich. Nichts. Jetzt haben wir die Patronen... Ähm, Alkohol... Irgendwas. Wollen wir jetzt da? Wollen wir damit aus? Wollen wir uns die ganzen Tage hinzuschließen? Gut. Hätten wir das auch geschafft? So, ich denke, das war's jetzt endgültig. Was ist das? Oh, der war drauf. Nein. Ah, stimmt. Oh, du bist das. Oh, der wird uns... Ich auch, aber... Gut. Jetzt mach' ich noch die ganzen Spastis da kaputt machen. Ja? Oh. Ja. Aha, das wo steckt? Dann haben wir's. Achtung. Fisch ab. Gut. Ach, das ist toll. Hier ist das Schatz. Ja, ähm. Ach. Was ist das? Ach, ich muss nicht da gehen. Nee, ich hab nicht da rausgekommen. Da kann man alles ausziehen. Was ist das? Jetzt da. Der ganze Stein ist immer so geil. Magst du so schnell die Bischofen? Hm. Ja. Ja. Jetzt müssen wir das Bischofen. Vielleicht. Ja. 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 Das ist so eine gute Frage irgendwie. Ich hätte die Frage, weil ich probier's mal selber und so. Hm. Nein, ich hab das mal schon zu richtig. Was einfach mal die Batsche nirgends bringen. Ja. Ah. Hm. Ich gehe jetzt nochmal neu, aber das reicht nicht. Toll, Alex. Okay. Soll ich die Teile auch kaputt machen, denke ich mir? Ja. Genau. Was? Jut! Hoffentlich. Ja. Was denn da ist los? Ich dachte, der Streuer wieder. Nee, doch nicht. Ja. Ja. Ja, ja. Tja. Gut. Level abgeschlossen. Freistuch und Reikerschaft. Gut. Gut. Jut. Kanon Schuss der Republik. Gut. Ich war mir die hier. Boah, Prozent. Juhu. Ja, man bin ich gut. Ach. In der Zahn ist da ein paar Steine. Jut. Ja, das hat sich 700. Gut. So. Also, das war mein viertes Let's Play. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Tschüss!